Wie sieht unser Sport von morgen aus? Wie funktioniert wirklich personalisiertes Training in Zukunft? Wie machen wir es smarter, individueller, besser? Mit unserem Software Development Kit von Lendera. Unsere Algorithmen erfassen deinen Körper und seine Bewegungen auf den Millimeter genau. Durch rein optische Analyse, ganz ohne Tiefensensurik. Und ist damit flexibler als alle vergleichbaren Systeme. In Echtzeit bekommst du direktes Trainingsfeedback. Dir werden Korrekturen vorgeschlagen, auf die du sofort reagieren kannst. Zu jeder Tageszeit. An jedem Ort der Welt. Machine Learning lernt deinen Körper und Trainingsstil bei jeder Anwendung besser kennen. Dadurch wird jede Trainingseinheit nach deinen Bedürfnissen optimiert. Und bietet dir nie dagewesene Einblicke in deinen Trainingsfortschritt. Dank unserem intuitiven Interface kann jeder Entwickler unzählige Übungen mit digitalem Feedback leicht in die eigene App integrieren. Durch einzigartige 3D-Bewegungsanalysen und Flexibilität bindet das SDK ihre Kunden durch personalisierte Inhalte an die App. Mehr Kundenbindung für einen größeren Marktanteil. Bei einem unglaublichen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das SDK von Lindera. Wir schaffen das Werkzeug. Ihr die App.